Rost 8 Rost Prozent 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 Spikes Prozent Prozent nicht mal am Arsch leckt gerne leckte abkommen so schwer ist es nicht auch so schwer ist es wirklich nicht K aus was ist ja nicht was ist ja nicht und konzentriert halt du hast einen Namen auch die die auch die kommentiert und konzentrierte du bist mein so ein zweimal herrn links dann vorbeispringen kann man sich auch fragen kann man hier will hier will ich nicht wieder hin also von daher auch so kann man jetzt ja auch rechts dran vorbeispringen aber wie man sieht rechts aus gar nichts außer dem Tod weil das sich das hätte auch ein cooles Secret gefunden dann wieder so unsichtbare Blöcke oder so naja aber das Secret ist sowieso in der Welt hier die CD war ja schon toll und dann ja inzwischen so toll finde ich daran dass ich so gefunden habe da oben da oben da oben hast du langsam jawohl mehr wollte ich doch gar nicht so komm komm give it to me ja nein ja komm der ist doch geil der ist doch und er gibt kein einzig Power hat super toller Trick ehrlich ey hat er einmal aufgehört zu schießen ey ich glaube kack oh man ich krieg ja doch nie mein Double zu ändern zusammen ey niemals und niemals nie wenn das da so scheiße anfängt und ich gar nichts krieg ey ehrlich scheiße ich hab aber die Hälfte hatte ich ja schon mal geschafft ja da war es dann im easy schon wieder vorbei eigentlich dann 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 wieder kein einziges man ehrlich die haben ordentlich gespart die haben Power Ups die sind scheiße und Power Ups bekommen die echt scheiße so nein beide verpasst beide verpasst das ist cool so ich brauch drei das weiß ich ganz genau ich hasse rote Kügelchen ich hasse rote Kügelchen oh man dann gab es mal wieder hier eine Passage die ging in dieser Welt und dann gab es mal wieder eine Passage die ging gar nicht in dieser Welt in dem Fall dann halt diese hier scheiß scheiß beschissene kack so jetzt hab ich erstmal das der nächste für mich komm ich brauch nur drei am Anfang beziehungsweise vier so sehr schön jetzt kann ich mir schon mal den Weg frei ballern ja die Dinger sind gefährlich ja jawohl wenn sie von oben oder von unten kommen ist scheiße dann ist echt scheiße dafür gab es in zumindest in Gradius 3 dann noch eine spezielle Kanone aber mein dafür wäre eventuell Option ganz gut Option der schießt nämlich dann hinter dir aber genau das gleiche so Speed Up hätten dort kriege ich doch nie zusammen kriege ich doch nie zusammen meine drei hier die ich dafür brauche oder nein ja wenn ich zum Glück dran vorbeifliege dann erst recht nicht doch Mann Mann ey doof 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 da 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 Hey hey was hat mich jetzt sagen würde ich war unter den Dingern hab sogar ein paar von den Dingern überschlebt und plötzlich tötet es mich muss ich das jetzt verstehen nein ich glaube er nicht mehr Kost Reilers Barrein Anastbarer Hörings und mit Kornbogen in der der zack 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 und okay um noch mal zack 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 dann dann beim da ist da kaum gibt mir ein paar abgeben mag ich nicht gehen wir gar nichts hier wieder die haben beide 1 enthalten und nicht die eiskalt an beiden dran vorbei das pixelarbeit die auch zusammen das war das jetzt das ist doch scheiße das ist doch das ist doch scheiße Oh nein das ist doch scheiße ey ohne Doppel ist das so unmöglich wenn da alles zusammenkommt ey I need my double da kommt wir ich muss da ich hab das Gefühl ich ich flieg dann vorbei ich flieg wieder an beiden vorbei Kack Kanone da unten geht weg keiner mag dich jetzt freu ich noch einen ich will wieder nach oben das ist einfach bewohnter ja aber jetzt baller ich mir hier wieder alles frei das heisst es noch ein bisschen hoh noch ein bisschen skill anwenden oh ho meinen oh man der kam zu schnell ein bisschen skill anwenden beim ausweichen und dann passt das doch schon ich bin dabei ich brauche aber ich bin gerade am überlegen, gehe ich auf Option oder gehe ich auf Fragezeichen? Ich versuche mal Fragezeichen aus ich probiere es einfach mal wenn man mehr schief gehen kann der ganze Boden ist bedeckt hier mit diesen solchen Dingern guck dir das an die rote Kanonen es hier gibt viel zu viele Mann rote Kanonen sind scheiße ja nicht da ist der ganze Boden unten gepflastert mit den Dingern und dann sollte man auch irgendwie ausweichen ich gebe mir keinen Power für eins hat es dann doch mal gereicht ich brauche aber drei zack 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 nein ich hatte gerade Doppel bloß kein Power Up komm, geh doch kaputt now komm schon, irgendeiner bitte irgendwo ein dämliches Power Up herzubekommen kann man jetzt nicht so schwer sein komm, geh ja, genau das wollte ich sehen hm und gar keiner von diesen roten Katten dafür zack 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 ja, die erste jetzt muss der kommen option guck, seht ihr was ich meine option ich kann die roten Kanonen und nicht kaputt hüß 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 Kramp nöder dafür sind dann eigentlich die Missiles gut apan das zweite könnte ja mal gleich versuchen zu bekommen irgendwie nach aber erst nach damit streike ehrlich eben die runde die war mal gut da kam und nichts viele von diesen in der reihe genau ich meine ich dachte das wird so schön ausdrücksbar sein und sich da an die linke wand drückt dass man dann nicht getroffen hat das war nur ein wunderschön so jetzt das ist nicht das heißt alles kennt es langsam aber sicher alles was nicht zufällig ist das macht da ist man wieder das hat ja schon eine halbe ewigkeit jetzt ja toll weißt du dass die kanonen und die sind so overpowered als anderes bis einfach und das ist überhaupt nicht ehrlich ich werde gleich auch mal radios scheiße ist deswegen ich bin jetzt nicht aufnimmt oder solche tricks das wäre jetzt kacke hier ich bin hier hohohoho karte da so jetzt hätten die Missiles Missiles Guck, jetzt fang Missiles Ich weiß aber nicht, was einem Missiles Naja, sie schießen halt nach unten Diese kleinen Dinger, die da nach unten schießen Aber irgendwie Ich will die jetzt nicht so effekt fördern Weil die halt auch nicht mit einem Schlag töten Das ist halt das Problem an der Sache Den brauchen mehrere Schläge Und ja... Ist halt kacke, ne? Oba, da... Was da betrifft auf dem Bildschirm ist Mann, ehrlich Hat er sich mal wieder einen Bock geschossen bei mir Ja, ey Mann Then Jetzt Boy Let's fuck yourself now So Oh nein Dadadadadadadadadadada Hey, fine okay wir sind mal wieder auf double status und unten geht wieder party hard es ist so unmöglich du musst unten noch konzentrieren und dann oder ich würde sagen wir finden genau das akir schade sondern ich versuche jetzt dann reinzukommen egal ich versuche es noch mal so die el ich bin wieder hier ja kommen ich lasse mich noch mal von skeletten hier so ich freue mich ähm wir sagen ganz guter fortschritt und dann bis zum nächsten mal bei gradius gedöhnt vielleicht zeige ich dann noch nur die optionale also die beste variante das wird sich zeigen aber ich würde sagen bis dahin tschau tschau